Hallo meine Lieben, ich habe hier eine große 5 Zimmer Wohnung für euch. Für den Preis von 99.000 Euro bekommt ihr aber super schöne Möbel dazu, jetzt passt mal auf. Und schöne E-Geräte. Hier das eine Schlafzimmer. Das hier ist der Aufenthaltsraum von der ganzen Anlage. Hier haben wir das Wohnzimmer, wunderschön gemacht, wunderschön dekoriert. Und auch die Deckenstuckarbeiten, kann man sowas überhaupt in Deutschland machen lassen? Ich kenne mich da nicht aus, kennt sich da jemand aus? Was kostet so eine Stuckdecke für ein Zimmer als Beispiel? Mit Lampenfassungen drin. Das würde ich gerne mal wissen. Also ihr seht, für 99.000 Euro für 5 Zimmer Wohnungen bekommt ihr hier schon einiges. Sogar mit diesen wunderschönen Möbeln, Teppichen, Vorhängen und Klimaanlagen und so weiter. Da kriegt man in Germany gerade mal eine 2-Zimmer-Wohnung wahrscheinlich in München. Oh, ich habe gehört, dass hat sich geändert. Also man kriegt vielleicht in München eine 1-Zimmer-Wohnung dafür. Okay, dann schauen wir mal weiter. Das ist hier der Gang, der Gangbereich. Und die Garderobe. Und hier haben wir den Indoor-Spielplatz in der ganzen Anlage. Dafür sind auch die Nebenkosten. 300 Türkischelierer. Man hat aber auch Sauna und Hammam. Dieses Schlafzimmer hat ein extra Bad. Wir haben hier zwei Bäder. Und wie gesagt, wunderschönes Druckarbeiten und wunderschön hergerichtet alles. Das ist alles nagelneu übrigens. Das ist auch Erstbezug. Das Gebäude ist auch nagelneu. Das Gebäude ist nahe am Meer. Aber was heißt nahe am Meer? Man muss trotzdem 13, 14 Minuten laufen zu Fuß. Mit dem Auto ist man in zwei Minuten da. Das ist einer der drei Balkone. Und wie ihr seht, riesengroß. Die Wohnung befindet sich im Aschenstockwerk. Und hier ist der Gangbereich. Und wirklich wunderschön, wunderschön. Echt, sehr schön gemacht. Das hier ist ein, ihr habt ja 5-Zimmer. Und dann habt ihr nochmal ein Wohnzimmer. Und einer ist der drei Bäder. Hier ist der Außenbereich mit dem Kinderpool. Und hier haben wir die Küche. Die ist auch schön groß, kann man sagen. Die ist in einem Extrarraum. Und hat auch seinen eigenen Balkon. Hier haben wir das Hauptbad. Schön groß. Hier nochmal das Wohnzimmer. Wo die Vorhänge würden schon einen Haufen kosten. Ja, das ist, das ist ja noch alles neu gemacht erst. Deswegen brauchen die Palmen und so weiter alles noch, dass es wächst. Das dauert halt noch. So, also bis, bis hierher, wer Lust hat, sagt Bescheid. Eine wunderschöne Wohnung mit allen drum und dran, 5 Zimmer. Und wirklich mega, so ist Zugarbeiten. Keine Ahnung, was es in Germany kostet. Kann man das überhaupt machen dort? Ich weiß es ja nicht, das soll jetzt keine Verarschung sein. Arni, stell mal Deutschland nicht immer so schlecht dar. Du stellst Deutschland immer so schlecht dar. Ja, Entschuldigung, ja. Hier kriegst du für 99.000 Euro so eine riesen 5-Zimmer-Wohnung mit der eigenen Küche, mit so einem Bad, mit einem Pool, mit nahe am Strand. Ja, und in Germany kriegst du dafür eine Furz. Ja, das ist doch nicht mehr gerecht. Da rackerst du dich ab ohne Ende. Übrigens, was ich euch noch sagen wollte, ja. Hier gibt es manche Krankheiten gar nicht, die es in Deutschland massig gibt. Ja, warum? Ja, das ist, das darf man ja nicht mal sagen. Und als Beispiel MS zum Beispiel, multiple Dingsbums da. Ich würde eher MS als gehirngewaschene Geisteskrankheit deklarieren, ja. Denn hier hat es keiner, hier hat es keiner, aber komischerweise steigen die Zahlen von MS. Warum? Weil wenn es keine hat, dann muss man doch was dagegen haben. Das heißt, wenn eine Frau mal Kopfschmerzen hat und der Arzt von MS noch nie was gehört hat und die Frau auch nicht, dann sagt sie nicht, vielleicht habe ich ja MS, schauen Sie mal nach. Aber es ist ein anderes Thema. Das muss ich mal ein ausführliches Video mal wieder machen. Ich habe darüber schon 100 Videos gemacht und mit 15.000 Abonnenten, mein Kanal wurde dann gesperrt. Ja, okay, also, so viel von mir. Wer Lust hat, meldet sich und langt hier zu. Wer hier zu langt, der wird glücklich. Das muss ich mal wieder machen.